Wir fahren gerade durch den Stanley Park mit dem Fahrrad. Gut, am Haft vorbei. Jawoll, die Mädels sind ganz schön flott unterwegs. Vielleicht nicht, weil ich das letzte Mal ein Fahrradhelm aufhatte. Aber es ist sehr cool. Wir haben jetzt zwei Stunden Zeit, um durch den Stanley Park zu fahren. Die Mädels sind ordentlich knackt unterwegs. Da vorne sind sie. Und das Wetter ist so genial. Es ist jetzt, glaube ich, halb vier. So, guckt. Schön. Und es ist kein Schnee und kein Matsch mehr. Hui.